Ja, also als nächstes stehen halt die Deutschen an, am Sonntag jetzt und da habe ich halt 110 Hürden und versuche auch eigentlich so den Titel zu holen, also das wäre das Ziel dafür. Also die langfristigen Ziele wären jetzt so, dass ich aus mir halt das Beste rausziehen kann, was geht und auf jeden Fall mal bei Olympia, Weltmeisterschaften und sowas teilzunehmen, Europameisterschaften. Top ist im Prinzip in dem Alter noch gar nichts, er ist ein sehr guter Techniker, Schnelligkeit ist auch vorhanden, wir müssen noch an der Grundschnelligkeit ein bisschen mehr arbeiten und die Technik noch verfeinern und den Start und uns auf die Männerhürden vorbereiten, weil er läuft ja jetzt noch U20 und erst in zwei Jahren die Männerhürde. Vielen Dank. Vielen Dank.